Die Pressekonferenz 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 mit denen ich der Mann jetzt auch gehofft habe, die halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ist es dir in deiner Laufbahn bisher schon passiert, dass du bei Abschlägen mit dem Fuße und ein Gegner ist, zwei, drei Meter entfernt, dass er den Ball doch noch wegspitzeln konnte? Ist mir schon passiert, ja. Ich habe nicht umsonst gehofft, ja. Michael Nowak. Eine Frage an den Trainer. Die Sturmlegende, Achim Streich, hat ja unter der Woche bei uns im Blatt auch mal angemahnt, dass der FCM im Moment ganz viel Aufwand betreibt, das teilweise so richtig gut aussieht bis zum Strafraum, der Klub aber kaum zu Strafraumabschlüssen kommt in Richtung Tor. Hat da auch ein bisschen Christian Beck in Schutz genommen und meinte, der bräuchte mehr Unterstützung von seinen Kollegen, dass die erstens selber togefährlich wären, um Last von ihm zu nehmen und ihn auch natürlich mit den Wellen füttern, die er braucht. Ist das ein Thema für Sie oder sehen Sie das anders? Ja, wir registrieren das schon, dass er nicht ganz so viele Abschlüsse hat, wie das eben sein könnte. Trotzdem gibt es genügend Situationen, wo er halt trotzdem eben doch hätte stechen können, ja. Also wir haben so viele Standards, wie wir in den letzten Spielen hatten, eigentlich auch immer ein Stückchen eine Waffe von uns, wo wir eben relativ wenig daraus gemacht haben. Dann lag das natürlich an verschiedenen Dingen, vielleicht nicht die richtigen Varianten gespielt oder eben nicht konsequent durchgespielt. Und da hat er natürlich auch eine wichtige Rolle. Insgesamt sehe ich es jetzt nicht ganz so, wie ich es da gelesen habe, weil er spielt schon eigentlich im Zentrum und nicht außen. Aber klar ist das in der ersten Halbzeit in dem Spiel gegen Wiesbaden, ist es uns nicht gelungen. Da haben wir ihn natürlich nicht so gefüttert, wie wir ihn hätten füttern können. Aber wir haben uns da im Flügel nicht so richtig durchsetzen können. Und wenn wir uns durchgesetzt haben, kamen die Bälle eben nicht, so wie sie hätten sein können. In der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir das insgesamt ein bisschen besser gemacht, hatten da eine bessere Balance. Und er wird schon noch zu seinen Situationen kommen, aber er muss, wie das immer so ist, auch seinen Teil dazu beitragen, um aus so einer Situation rauszukommen. Das jetzt nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, ist dann immer schlecht. Also da muss man dann halt selber auch nochmal den Tick mehr machen und sich da natürlich auch in den ein oder anderen Situationen dann eben durchsetzen. Und klar ist natürlich, dass sich alle auf ihn fokussiert haben und dass es natürlich nicht mehr so einfach ist, wie im letzten Jahr oder vielleicht mal in seinem. Und während. Ja, im Augenblick ist ja eine sehr stabile Abwehr, mit beinhaltet Leopold. Wenn jetzt Felix Schiller zurückkommt, gibt es dann ein bisschen Schwierigkeiten für den Trainer, die Abwehr dann einzuordnen, die Spieler dann einzuordnen? Also erstmal ist es immer so, Felix Schiller ist jetzt noch nicht im Mannschaftstraining und der wird uns natürlich auch noch eine Weile brauchen. Also das sind so Gedankenspiele, wo ich mir jetzt gar keine Gedanken mache, weil dann ist vielleicht der Nächste verletzt oder gesperrt. Von der Seite her geben sich dann immer Dinge selber, also da bin ich also relativ entspannt und haben mir da wenig Gedanken. Wir würden uns freuen, wenn Felix gesund zurück ist und dann wieder einsteigen kann, denn im Moment, wenn Steffen Puttkamer verletzt ist, ja, haben wir nur drei Innenverteidiger. Ja, wenn der von Nico Hammann ja vielleicht nicht mal ein gelernter Innenverteidiger ist, also haben wir eigentlich nur zwei. Von der Seite her freuen wir uns über jeden Spieler, der gesund zurück ins Mannschaftstraining kommt und auch den Konkurrenzkampf in der Mannschaft hochhält. Danke. Ja, ich wollte nochmal zur psychologischen Situation innerhalb der Mannschaft zurückkommen, weil ich sag mal, diese Situation, dass man im Aufstiegsbereich ist, die wird ja jetzt, ich sag mal, immer dramatischer. Und wie spüren Sie das beim Training in der Kabine mit der Mannschaft, dieser Aufstiegsdruck, ist der zu spüren oder ist die Mannschaft genau so, wie sie im Holz? Aufstiegsdruck, das war jetzt nicht. Ist ja schön, wenn ich nicht so will. Wir haben es schon in anderen Phasen hier erlebt, wir wissen das zu schätzen und ich denke, man hat das gesehen, dass die Mannschaft die Spiele eben jetzt auch gewinnen wollte. Also wir haben ja jetzt nicht hier gegen Wiesbaden auf 0-0 gespielt, wir haben in Bremen nicht auf 0-0 gespielt, sondern wir wollten die Spiele gewinnen und wir hatten die Chance dazu. In Bremen haben wir sie genutzt, gegen Wiesbaden haben wir sie nicht genutzt, weil ich denke ich mit der Chance von Jitz Putzen und mit dem Elfmeter das waren Riesenmöglichkeiten in der letzten Viertelstunde. Also von der Seite, die Mannschaft will jedes Spiel gewinnen, will das Maximum rausholen und das wird sie auch in Kiel tun. Und da, ja, und immer nochmal mit dem Fallschirm, dass eben nach unten eigentlich nicht mehr so viel schief gehen kann. Wir können eigentlich gar nicht verlieren, wir können nur gewinnen und wir schauen auch von Spiel zu Spiel, weil dann groß sind noch zehn Spiele, da ist das auch noch eine, oder ne, neun haben wir noch, zehn. Zehn, also da kann schon noch eine Menge passieren und da brauchen wir jetzt auch noch nicht allzu viel groß zu erzählen, weil das nächste Spiel ist entscheidend und sie sind ja dann immer die Medien, die dann halt das nächste Spiel dann eben zu beurteilen und dann ist alles wieder ganz schlecht oder es ist alles wieder ganz gut und wir können diesen Zugus natürlich nicht mitmachen, also wir müssen halt immer die Balance finden und bei schlechten Spielen gibt es halt auch gute Dinge und bei guten Dingen gibt es halt auch schlechte Dinge und das Selbstvertrauen der Mannschaft ist, denke ich, gut, die Stimmung ist gut, wir haben gestern noch gut trainiert trotzdem, dass wir eben auch relativ wenig Leute im Moment sind. Weitere Fragen? Gut, dann beenden wir die Pressekonferenz erst mal mit dem offiziellen Teil an dieser Stelle. Vielen Dank für die Konferenz, unsere Mannschaft, die Erfolg im Wohnen und Dankeschön. Vielen Dank.